Hallo liebe Leute, ihr hört's am Lärm vielleicht. Wir sind wieder in der großen Stadt, heute in Frankfurt. Und mitten in Frankfurt, was sehen wir? Wir haben es gerade gesehen, wir untersuchen das mal. Das sind, was ist das, Weihnachten? Dino-Spuren. Dino-Spuren mitten in der Stadt. Dinosaurier-Spuren, wie kann das sein? Wir lösen das Netz auf. Hinter uns seht ihr einen leibhaftigen T-Rex. Ich bin gerade in eine Saurier-Spur gestolpert. Also wir machen heute einen Ausflug ins Senckenberg Museum, ein Naturkundemuseum und schauen uns ein paar Dinos an und so weiter. Hoffentlich dürfen wir auch da drinnen ein bisschen filmen. Wir müssen erst fragen. Na Meinert? Aufpassen! Er stürzt mich ab! Ein Messer stich! Ja! Komm! Du Saurierjäger! Also das ist nun der Haupteingang. Und jetzt gehen wir rein und fragen, ob wir da ein bisschen filmen dürfen. Also wir dürfen filmen. Die Pressestelle war so freundlich. Ja! Ich bin irgendwie filmen. Warum? Vielen Dank.